Hi Leute, ich habe heute meinen Lesemonat für euch. Und zwar bin ich jetzt mal wieder in meinem Zimmer. Ich fand dann die weiße Wand im Bad, äh im Bad, sag ich, in der Küche doch ein bisschen zu, ja, weiß eben. Aber, keine Ahnung, ich muss mal noch überlegen, ab und zu zu filmen. Dort finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Ja, weil wenn ich jetzt auf meinem Bett, das hinter mir ist, filme, damit da muss ich immer so viel aufbauen und das dauert immer ewig. Und ja, jetzt hier am Schreibtisch sieht zwar nicht so schön aus dann in meinem Hintergrund, aber es ist doch auch ganz bequem. Vielleicht wechsle ich einfach ab und zu mal ab, mal schauen. Egal. Es soll jetzt jedenfalls um meinen Monat April gehen. Ja, im April habe ich insgesamt 2756 Seiten gelesen. Das sind pro Tag 91,8. Das finde ich doch auch echt in Ordnung. Also, damit kann ich leben. Ist zwar ein bisschen weniger als das letzte Mal, aber was soll's. Von den zehn Büchern, die ich lesen wollte, habe ich acht Stück gelesen. Und ich glaube, ne, von denen, die ich lesen wollte, waren es dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Und zwei Stück habe ich... Stimmt das jetzt? Muss kurz überlegen. Ja, genau. Zwei Stück habe ich dann zusätzlich noch so gelesen. Glaube ich. Ich bin gerade echt etwas verwirrt. Okay, also ich habe drei Bücher nicht geschafft, von denen, die ich lesen wollte. Und eins habe ich noch zusätzlich gelesen. So irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja aber auch egal. Ist ja aber auch egal. Als erstes Buch habe ich ein ausgediennes Buch von der Bibliothek gelesen. Das war Watersong Sternenlied von Amanda Hocking. Das hat 317 Seiten. In dem Buch geht es um Gemma und um ihre Schwester Harper, die zusammen mit ihrem Vater in einem Haus wohnen. Ihre Mutter ist, ja, sie ist zwar noch am Leben, aber so ein bisschen seelisch beeinträchtigt, sage ich jetzt mal, nach einem Urlaub. Also psychisch eben. Und ja, sie, also Gemma schwimmt immer total gerne und ja, es bandelt sich so mit der Zeit eine Liebesgeschichte mit ihrem Nachbarn Alex an. Bis sie jedoch auf drei, glaube ich, sehr, sehr schöne und faszinierend aussehende Frauen trifft. Und was es dann mit diesen Frauen zu tun hat und um was es dann weiterhin geht, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Es ist jetzt auch schon echt ein bisschen länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen kann ich leider auch nicht mehr dazu erzählen, ohne dass ich jetzt wahrscheinlich zu viel erzählen würde. Ja. Wie gesagt, ich habe es aus der Bibliothek ausgeliehen, deswegen bekommt ihr es jetzt eingeblendet. Aber ich habe dem Buch drei Sterne gegeben. Ich fand, es hat sich etwas gezogen und ja, irgendwie, es hat mir halt so ein bisschen was gefehlt an der ganzen Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, destotrotz fand ich es doch in Ordnung, deswegen eben die drei Sterne. Ich habe hier jetzt auch schon den zweiten Band, den habe ich auch aus der Bibliothek. Der läuft, glaube ich, heute aus. Ich muss den noch verlängern, weil bisher habe ich ihn noch nicht gelesen. Muss ich mir jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich es wirklich tue. Aber ich denke eigentlich schon mal gucken. Vielleicht gebe ich Amanda Hooking da noch eine Chance. Ein zweites Buch war dann für die Kunta Bund Challenge, ein gelbes Buch. Und das war bei mir Pretty Little Liars, der erste Band von Sarah Shepard. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle von euch die Pretty Little Liars Folge, Serie, wie auch immer, dass sie die kennen. Es geht jedenfalls um Spencer, Aria, Emily und Hannah. Ja, die wohnen in einer Stadt zusammen, gehen auf die Highschool und ihre beste Freundin, die diese Clique so mehr oder weniger zusammenhielt, namens Ellie, also Allison, verschwindet. Und nach drei Jahren ist sie immer noch nicht aufgetaucht, weshalb man nicht ganz weiß, ob sie noch jemals wieder auftauchen wird. Ja, ich kenne ja die Serie, ich liebe die Serie und deswegen fand ich das Buch so ganz okay. Okay, ich weiß nämlich, was passiert, aber es ist doch anders als in der Serie. Also die Macher von der Serie haben ziemlich viel abgeändert. Was aber nicht schlimm war, deswegen hat man dann trotzdem noch ein bisschen was auf diesen 290 Seiten zusätzlich kennengelernt, erfahren. Zum Beispiel hat Emily eine Schwester in dem Buch, in der Serie hat sie gar keine Geschwister und sie ist auch blond oder so rotblond, was mich sehr irritiert hat, weil ich halt ihr, so die Serien Emily vor meinem Gesicht hatte, während ich das gelesen habe und sie ist eben so, hat so einen leichten asiatischen Touch und ja, ist ein bisschen dunkler und hat halt auch dunkle Haare, weshalb das ein bisschen seltsam war, aber das macht ja überhaupt nichts. Ich habe dem jedenfalls auch drei Sterne gegeben, ich würde aber da eigentlich ganz gerne weiterlesen, wenn ich die anderen Teile mir auch noch ausleihen kann. Zum dritten Buch habt ihr schon eine Rezension von mir bekommen, wenn ihr euch sie angeschaut habt. Es geht um Der Teufel von New York, das habe ich ja zusammen mit der lieben Anka Räubertochter gelesen. Ja, ich verlinke euch die Rezension, wenn ich daran denke. Es war jedenfalls so eine Art historischer Grimmie, fand ich ganz cool, weil ich bisher sowas in die Richtung noch nie gelesen habe, aber die Geschichte war so, naja, schon ganz interessant, also diese historischen Anteile und so, aber sie hätte noch ein bisschen spannender sein können, deswegen drei Sterne von mir und das Buch hat 469 Seiten. Ja, nach dem ersten gemeinsamen Lesenbuch habe ich da noch mit der lieben Tines Bücherregal, ja, Ethan Cross, Ich bin die Nacht gelesen und ja, das hat 395 Seiten, so schön es aussieht, mir hat es nicht gefallen. Ich habe ihm gerade noch so zwei Sterne gegeben, ich weiß halt auch nicht, ich glaube, Nadine hat dem dann doch drei Sterne oder so gegeben. Ich weiß halt nicht, also wir haben auch jeden Tag 50 Seiten gelesen, so wie bei, ich bin die, äh, nicht, wie bei Der Teufel von New York. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, ich fand das teilweise so verwirrend, weil die Charaktere so gewechselt sind und, also es dreht sich eigentlich alles um Francis Ackerman Jr., der ein Serienkiller ist und ganz am Anfang fängt es so gut an, also er ist in so ein, also man sieht das aus der Sichtweise eines Polizisten, wie, ähm, die eben auf die Szene stoßen, wo Francis Ackerman Jr. gerade jemanden ermordet hat und sie dann ihm als nächstes zum Opfer, ähm, verfallen. Und, ja, da guckt ja was raus. Und ja, mit jedem seiner Opfer spielt eben Francis Ackerman Jr. ein Spiel um dessen Leben eben. Und das hört sich ja alles richtig cool an, ich fand den Klappentext toll, ich habe gute Meinungen dazu gehört, aber man hat halt immer so Sprünge dazwischen gehabt und die ganze Geschichte, die vorher passiert ist, die war für mich nicht abgeschlossen, weshalb ich mich da jedes Mal gefragt habe, hä, wie, ja, äh, und wie bitte ging es jetzt aus mit den Nächsten, was hat das jetzt mit dem davor zu tun und so? Also, das hatte ich noch nie, dass ich mich irgendwie nach dem, dass ich dachte, ich hätte was verpasst beim Lesen. Ich habe auch oft dann Nadine gefragt, du, wie war denn das jetzt mit dem und dem? Und sie hat dann öfter eine Antwort gehabt, entweder habe ich nicht so wirklich zwischen den Zeilen lesen können, weil mir der Schreibstil und vielleicht generell der Stil nicht so gefallen hat oder, ja, ich habe es zum Teil halt auch in der Bahn gelesen, vielleicht habe ich dann wirklich was überlesen. Also, das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Aber ja, ich fand es dann auch, was das am Ende dann für eine Logik hat und generell, ich fand es unlogisch und unrealistisch. Am Anfang, die Szene hat mir gut gefallen und den Schreibstil, den fand ich eigentlich auch ganz gut, deswegen die zwei Sterne, aber ich bin sehr enttäuscht von dem Buch. Das finde ich schade, mir hätte es so gern gefallen. Vor allem habe ich den zweiten Band auch noch da. Blöd. Naja. Zum Glück habe ich danach ein richtig gutes Buch gelesen. Ich brauche nicht mehr zu sagen, oder? Also, ja, Selection. Ich habe den ersten Band endlich gelesen. Das war auch ein Buch der Ten Books Challenge. Ich habe es endlich getan. Ich bin Team Maxen hoch 10. Also, wow. Ich war früher schon immer so, dass ich gerne Prinzessin wäre, so als Mädchen, als Kind halt. Und, ja, irgendwie ist das bestimmt noch so ein bisschen in mir drin. Deswegen, ich finde es einfach toll. Ich, ja, ja. Ich brauche, glaube ich, nichts mehr zum Inhalt zu sagen. Es geht jedenfalls um America Singer, die in einem Kastensystem aufwächst. Also, so gesehen ist es auch eine Dystopie. Und, ja, sie ist eben an vierter Stelle, glaube ich. Also, sie ist eine Vier. Das heißt sie, nee, sie ist eine Vier. Doch, ich glaube, sie ist eine Vier. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Jedenfalls ist sie in der Kaste, wo man Künstler ist. Also, man singt oder malt, musiziert, solche Dinge. Und der Prinz über diesem Land sucht eine neue Frau. Und da werden eben alle Frauen in jeder Kaste mit einem Brief angeschrieben, dass sie sich melden sollen mit Foto und Beschreibung und was sie alles können, etc. Und sich dann eben bewerben können, die zukünftige Königin zu sein. Denn in dem Kastensystem ist es als Frau möglich, hoch zu heiraten. Also, sobald man heiratet, gehört man der Kaste an, die auch dann den zukünftigen Mann angehört. Ihr wisst, was ich meine. Das ist mal keine gute Grammatik. Ja, und sie ist eigentlich verliebt in Espen, der aber eine 5 ist und möchte eigentlich überhaupt nicht daran teilnehmen. Aber sie geht dann einen Pakt ein mit ihrer Mutter und auch eben mit Espen, dass sie doch daran teilnehmen soll. Und wie soll es der Zufall kommen? Sie mag Prinz Maxon doch ganz sehr. Aber, oh Gott, ich kann echt heute nicht mehr reden. Ich hatte einen langen Tag hinter mir, aber egal. Ja, Prinz Maxon und sie, das ist dann ein bisschen was anderes wie diese 35 Mädchen, die dort sind. Und, ähm, ja, wenn ihr das herausfinden wollt, dann müsst ihr das lesen, wenn ihr es nicht schon eh längst getan habt. Ja, ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben. Es hat 327 Seiten. Ich habe es geliebt. Und nächsten Monat muss ich unbedingt die beiden anderen Bände lesen. Nach Selection habe ich Stigmata von Beatrice Gurian gelesen. Das Buch hat 383 Seiten und ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Hier geht es um Emma, die voller Trauer ist, da ihre Mutter gestorben ist vor kurzem und sie dann vor ihrer Haustür ein paar Wochen später ein Päckchen bekommt. Und, ähm, mit der Frage, möchtest du herausfinden, wer die Mörder deiner Mutter waren? Ja, und sie geht dann auf so eine Art Jugendcamp, weil sie das dann eben doch wissen möchte. Sorry für mein Handy. Ähm, falls ihr das gehört habt, es hat vibriert, keine Ahnung. Ja, sie geht dann eben auf dieses Transnational Youth Camp, heißt das. Und, ähm, ja, erfährt dann wirklich auch am Ende, wer die Mörder oder der oder wie auch immer waren. Ähm, ich fand es nicht schlecht. Also, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, denn, ähm, hier drin sind echt coole Bilder. Das nehme ich auch zusammen mit, ähm, mit Beatrice Mann, glaube ich, soweit ich weiß, der Fotograf ist. Also, so, die sind halt alle so ein bisschen gruseliger gemacht und alle in diesem Grünton, was mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, aber, ja, es war halt ein Jugendkrimi so ein bisschen. Ähm, fand ich ganz schön, aber ja, ich habe mir so ein bisschen ein anderes Ende gewünscht. Und, nichtsdestotrotz war es unterhaltsam, deswegen die 4 Sterne. Ich kann es nur empfehlen, wenn man halt so ein bisschen mal was anderes beim Lesen haben möchte mit diesen Bildchen. Und, ja, mir hat auch Emma als Person sehr gut gefallen. Also, die Protagonistin hat mir vom Charakter gut gefallen. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. 4 Sterne. Ich bin echt ziemlich verpeilt heute. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ein Buch, das nicht auf meiner Leseliste stand, ist dieses kleine Buch hier. Ein Jahr in London von Anna Regeniter. Und, ja, da geht es eben einfach um die liebe Anna, die ihre, ähm, Geschichte über ein Jahr in London schildert, wie sie dort als Lehrerin angefangen hat, wie sie die Wohnungssuche fand, wie die Menschen waren, etc. Und, ja, für die, die es bisher noch nicht wussten, ich bin ein großer, ähm, United Kingdom oder Großbritannien, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, Fan. Vor allem London hat es mir sehr angetan. Ich liebe einfach alles, was man damit in Verbindung setzen kann. Ähm, ja, und deswegen fand ich das wirklich cool. Ich habe mir jedoch ein bisschen gewünscht, dass man mehr Tipps erfährt über London generell. Ähm, halt, dass man, ja, ich habe mir, glaube ich, nur einen Tipp mal irgendwie, ähm, rausgeschrieben. Das war es eigentlich. So, wo man hingehen kann, irgendeinen Markt oder so. Aber, ja, sonst fand ich es halt echt witzig, weil man sich das echt so vorstellt und halt dann auch ein bisschen am Schmunzeln war und so. Ja, also es hat von mir drei Sterne bekommen und, ähm, es hat 192 Seiten. Dann sind wir auch schon beim letzten Buch, das war Frostkuss von Jennifer Estep und ich habe tatsächlich zwei Leserillen hier reinbekommen. Ich weiß auch nicht, ich passe immer so auf und irgendwann kommt dann doch eine Leserille rein, ist voll gemein. Und, naja, das Buch hat mich auch echt umgehauen. Hier geht's ja, also es ist der erste Band der Mythos Academy Reihe, das hat 383 Seiten, das Buch. Und hier geht's um Gwen Frost, die eine Gypsy ist und eben auch auf der Mythos Academy, ähm, ist. Und dort, ja, eben lernt generell, was die Mythen sind, wie man kämpft und sie fühlt sich sehr deplatziert. Alle anderen, die an der Mythos Academy sind, die sind nämlich eher so, ja, Nachkommen der griechischen Mythologie. Also es gibt, äh, Valkyren, es gibt Spartaner, etc., etc., bis sie dann jedoch irgendwann auf einen, ähm, mysteriösen Mordfall in dieser, ähm, alten Bibliothek in der Mythos Academy stoßt und den gerne aufklären möchte. Ja, und das, also mir hat der Schreibstil gefallen, mir hat Gwen gefallen. Weil, ich fand es mit den Mythen richtig cool, ich will unbedingt weiterlesen, aber, ja, ich hab mir ja die Ten Books Challenge auferlegt und, äh, ich hab die anderen Bände nicht. Jedenfalls hat es fünf Sterne von mir bekommen, ich muss mal schauen, ob ich mich doch noch durchringen, mir das zweite, den zweiten Band zu kaufen. Vielleicht, wenn ich die Hälfte der Ten Books Challenge durch hab, so als Belohnung. Ja, ich mein, ich würd's ja dann sofort lesen, mal gucken. Ja, das war mein Lesemonat. Ich bin doch eigentlich relativ zufrieden, also, von den Bewertungen her hab ich ja jetzt zwei Highlights gehabt. Das war zum einen Selection und Frostkuss. Ähm, ich find beide relativ unterschiedlich, also könnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden, welches davon so mein wirkliches Highlight war. Ja, 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 ich bin die Nacht, hat mich eben enttäuscht, aber was soll's. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal dann. Ciao! Ciao!